Der einen Schaden gemeldet hat, an dem direkt etwas entsteht. Ein Leger, der in einem Geschäft schwindelig, erspürt und beschädigt dabei verschiedene Geräte. Bis dahin erstmal nachvollziehbar, dass aber gleich fünf Elektrogeräte ihre Parade verschwunden haben. Die Karte ist von der Karte. Eine plötzliche Schwindelattacke mit einem Schaden von 2300 Euro.